Und damit hallo und herzlich willkommen zu Basmati Reviews und der Network Time und diesmal wieder mit Counter-Strike Global Offensive. Viel Spaß dabei. Wer ist denn bei uns? Ah, der Gelbe ist fremd, oder? Ähm, ja. Ich denke. Gelb ist fremd. Ich bin der schöne Lila, ne? Ah, du hast... Nee, du bist nicht Lila. Doch, ich bin Lila. Nein, der Niki ist Lila. Alter, warum leckst du? Das war ein Lila. Nein, jetzt lädt mich mein Clan zum Lila. Nein, nachladen. Schade. In der Aave? Ne. Dann will ich's nicht. T-Spawn, Campen. Richtig. Assi-Move. Nein! Okay, das hat nicht funktioniert. Habe ich denn noch für's schöne Skin? Das ist gar geil. Oh, ne Billo. Ich hab ne Billo-Sniper. Oh, von Flo. Oh, steht... Chris steht AFK rum. Gar nicht wahr, ich kauf mir grad was. Ah, ich will nicht. Ah, oh, yeah. Gut. Fuck. Ah! Okay. Also. So, jetzt spielen wir mal richtig, sagst du. Genau. Machen wir. Lass uns immer 3... 3B? Nein, 3B, 2A. Okay, 3A und 1er B. Niki und ich A. 3A, 1er B? Und wo geht der Lippen? Nee, ich weiß das. B, okay. 3A und 3B. Nein, 3B. B ist schwerer zu verteidigen. Let's go, let's go. Können wir mal sagen, wenn ich nicht mehr zu verteidigen will, wenn wir jetzt eine Folge... Oh, nein. Okay. Lass doch nach! Brennen. Brennen. Egal. Ja, alle B. Mist aufs Sneaken gehen. Alle? Ja, alle. Schade. Fängt schon gut an. Ich finde immer die Abwechslung sehr geil. Flo, wir gehen gemeinsam rein. Ich hoffe, dass er da nicht schon hockt. Ich geh von der anderen Seite. Okay. Und rein. 2, 2, 1. Oh. Oh, wow, wow. Von da ein Hit mit von da. Bisschenweise... Das ist super rechts. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, das sind ja alle. Komm jetzt reiset. Ich bin halt mit einer Handvoll Waffe überhaupt nicht gut. Links ist auf jeden Fall einer. 2. No! Mist. Keine Chance ohne Headshot. Das war aber ein richtig schönes Aiming. Das war nix. Äh, Echo. Flo, wir beide machen nochmal A, oder? Ich bin nochmal bei B. Jo, ich bin. Alles klar. Ja, ich hab ne Echo mit nur ner... Ah, die kam scheiße gerusht in. Hab ich. Echo heißt nichts kaufen, Flo. Ich hab ne Rüstung gekauft. Rüstung ist auch was. Nichts kaufen. Ja. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich Echo mache. Ich hab ja gesagt, ich kaufe mir keine Waffe. Wenn, wenn man sagt Echo, dann macht das ganze Team ne Echo. Also das ist das Verschwendung meistens. Wenn nur einer ne gute Waffe zum Beispiel hat. Der sieht relativ clear aus. Ja. Da ist einer. Kurz, kurz, kurz. Braucht Verstärkung kurz. Was? Bist du tot? Dann hat er geschluckt. Nein. Echt? Oh, von hinten, von hinten. Scheiße. Warum hab ich nicht rumgeführt? Jo, ist leer. Alter. Ich hab den vier Schuss in den Rücken geschossen. Der dritte Junge ist tot. Ich brauch Verstärkung. Ich bin alleine. Ah. Nein! Alter, das war der gleiche, der mich gekillt hat. Glaub ich. Du, Mann. Oh, ich bin schon wieder Bester. So. Okay. Kaufen. Oder? Was soll ich nicht kaufen? Oder? Ich hab ne Billo-Sniper. Oh. Niki nochmal, oder? Ein guter Farmer. Flo. Ich geh B. Ja, geh du B mit der Billo. Dann kommt Nico mit, bitte. B. Mit dir geht der. Ja, ihr geht B. Ja. Der Dings kommt mit. Ne Awe? Ne, das kann nicht sein. Wahrscheinlich Billo-Sniper. Was? Die auf uns geschossen haben? Ja. Ne, das war einer mit irgendeiner... Das war K-Sniper-Waffe. Wer fürste? Ja, war ein von mir. A lang. A lang wurde geflasht. Bei B kommt keiner. Ja. B sieht hier aus. A lang, A lang, A lang. Alle A lang. Ja. Einer hat ordentlich gekriegt. Da waren schon welche. Ja. Auf die Entfernung mit der Farmers auf Semi. Also auf diese Dreierschuss. Auf weiter Entfernung. Ich weiß gar nicht, wie man das umstellt ehrlich gesagt. Ein Rechtsklick. Ah ja, okay. Okay, ist clear, Niki. Jetzt wieder auf Vollauto, genau. Ah ja, ist... Ich geh hinten rum noch schnell. Ah ne, ist schon wieder. Von hinten, von hinten. Oder auf der Brücke. Ne, ne, oben. Genau hinter dem Kasten, Flo. Lass sie gucken. Du bist der Sniper. Fuck, da, da, da. Vor dir. Wo? Oh, die hast du. Oh ne, nur drei. Oh, sauber. 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 Unten? Direkt unter dir. Shit. Wird aber nix. Hätt vielleicht doch nicht mit der Sniper gucken können. Oh man, 3-0, Leute. Ja, kannst... Ja, ja, aber mit Buddy-Shots jemanden gekillt. Ich mach ne Echo. Das ist machbar. Wir sind einfach scheiße. Ist jetzt zu spät. Ich hab der Sniper. Ja, mach doch nix. Ich mach auf jeden Fall ne Echo. Ja, ich bin... Bruder, ne, mach ich ne MP-Runde, wenn ihr auch schon... Ich mach n Mitte Rush. Ich mach jetzt mal was ganz Verrücktes. Nicht Rush, oder? I müssen kommen, nicht wir. Ja. Ja. Ja, aber ich spiel' das Spiel ein bisschen länger als du, Flo. Hack geflasht. Tunnel, tunnel. Wieso labert der In-Game, Alter? Weil der nicht bei uns ist. Also, einer hat 99 Damage gekriegt. Pings und der andere hat 97. Kann man jemand links decken? Oh, cooler Skin, Nicolas. Ja, ganz neu gekauft. Ist noch null drauf, ey. Mach jetzt ne Eins drauf. Ah, so schnell wird's doch nix. Ey, den PS sind auch auf die Inferne. Nicht wirklich Wasser. Nicht rausgehen, der muss kommen. Triff durch die Tür, Alter. Kunde seiner. Oben. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh nein. Du musst direkt ansagen, wenn du tot bist. Sag mir durch, wenn du tot bist. Ja, hab ich doch. Ich hab gesagt oben. Ja, gut. Oben. Oben. Oben bringt mir aber nix. Du musst sagen, du bist tot hinter dir oder irgendwie sowas. Ah, das ist gut. Ich sag ja nur. Ich hab mich da drauf verlassen, dass du irgendwie noch hinten lebst oder so. Ich hab das dich nie verlassen. Hab dir jetzt ne Full-Eco gemacht? Du kannst es mir ja sagen, das reicht nicht. Nein, ich hab mir gekauft. Ich hab mir gekauft. Ja, ist ja gut. Ja, warte, ich weiß. Wow. Richard, ich hab mir gekauft. Ich hab mir mal weggeflasht. Noch eine. Noch eine. Die hat mich erwischt. Scheiße. Wow. Fuck. Die hat mich voll erwischt. Noch eine. Ne, das war ne Flash. Okay, Flash. Achtung, wir müssen auch gucken, ob die von links kommen. Ruhe bitte. Ach bitte, kurz Ruhe. Ich bin im Tunnel unten drin. Einer weg Tunnel. Nein. Keine Ahnung wo. Irgendwo im Tunnel noch. Ich hab mich nicht gesehen. Warte, die Bombe liegt hier eben. Ja, die Bombe liegt da. Ja, ich wollte zur Bombe kommen. Deswegen. Also im Tunnel ist noch einer. Chris, Chris. Ja. Wer lebt denn noch? Nico, du guckst auf Tunnel und du stellst dich genau hier draußen hin. Der ist im Tunnel. Tunnel. Ja. Tunnel kam was. Oh lecker. Das gibt's doch nicht. Jawah. Au, geh for the win, Junge. Ja man, die ist geil. Okay. So, 16 zu 4 saust du. Wir machen jetzt ein 16 zu 4. Au. Ja, das hat er gut erkannt. Da ist ein Aufwahl. Nico, Nico. Hat auch keine Wurstung, ne? Nico, wirf mal deine M4 rüber. Okay. Läuft doch schon ein bisschen besser. Das ist eine mit Skin. Was soll das jetzt bringen? Oh wow. Keine Ahnung. Ja, mit Skin ist doch schon mal eine. Schick, schick, schick. Ja. Achtung. Bluttiger. Okay. Was auch immer das soll, Rauch. Deck unseren Rücken. Die kommen manchmal direkt nach links, Nicky. Da wo du stehst. Naja, deswegen bin ich jetzt woanders hin. Okay. Rauch verzieht sich langsam. Die kommen alle hinten. Die kommen alle bei den Double Doors. Bin tot. Links kommt auch noch was. Alter, ich bist Freunde. Oh ne, ich bin tot, Nicky. Links von dir. Komm mal. Scheiße. Die letzten sind Mitte, gell? Bist du noch einer? Oh, da war einer in der Mitte, ja. Ja. Ja, ich hatte auch. Okay, von allen Seiten. Ich komme jetzt gerade aus Mitte. Die Bumme liegt nämlich noch Mitte da. Da wurde er mir gesteelt. Ich habe auch gerade drauf geschossen. Ich sehe nichts. Ah, mein AK. Mein AK. Ja. So. Ähm. Mach mal genauso. Flo. Flo, guck mich mal an. Ich habe mir epileptischen. Wie immer. Müssen wir schneller vor denen dort sein. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die diesmal A lang kommen. Ja, die kommen A lang, haben A lang geflasht. Verschiebt. Verschiebt zu A lang. Also die kommen alle da? Alle. Ich bleib mal bei B kurz. Ja, zumindest bis jetzt einer. Ja, das ist ja nicht alle. Ja, drei Stück. Alle. Sind bis jetzt. Na, drei. Drei. Ich glaube es kommen aber alle. Ja, Bombe ist da. Bombe ist da. Bombe ist da. Die kommen über A lang. Smoked. Okay, B ist immer noch clear. Ja, ich komme mit. Bombe ist auf A lang. Ja. Sauber Flo. Wo? Von wo schießt einer auf mich? Äh, aus der Grube. Aus der Grube. Ah, ich habe den nicht gesehen. Du siehst nur den Kopf. Du siehst nur den Kopf mehr. Siehst du nicht. Guck mal, da würde ich jetzt nicht unbedingt stehen bleiben. Ja, so ungefähr. Vorsicht, oben kam einer. Ja. 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 Mit meinem vier. Go for it. Ist wahrscheinlich schon hoch. Mhm. Guck über dir. Pass auf. Der ist oben. Der plantet. Wo denn? Der plantet. Der plantet. Ja, mann. Über euch hinter dir. Ja, mann. Über euch hinter dir. Da. Die da. Ja, das war gerade ein bisschen zu viel. Schau, ich habe bewusst, dass der da ist. Ich hole den Ecke dann. Sehr gut. Ja, nur ich hatte die Befürchtung, dass er gleich von oben kommt und dich weg macht. Ich gehe mit Awe Mitte. Ne, ich gehe mit Awe A lang. Ich gehe wieder B. Ich gehe auch B. B läuft ganz gut eigentlich. Ich habe einen schönen Awe Skin. Jawohl, ey, wir holen auf Leute. So muss grad. Ja, so muss grad. Yay, ne Decoil. Komm mal bitte noch einer A. Alleine kann ich das nicht. Die sind auch scheiße, aber. Wer nicht Decoil? Einer A kurz bitte. Einer A kurz bitte. Oh shit, sorry, weggucken. Ja. Kein Degen. Ich brauche Unterstützung A kurz. 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 Die kommen bei B. Zumindest ein paar. Oder? Bis jetzt noch keiner. Huhe! Lass uns abziehen von B. Go A hat er gesagt. Alle A. Alle A. Los, los. Wir gehen lieber kurz. Ich höre sie. Da springt gleich einer runter. Fuck, hier ist schon einer. Der Bombe liegt bei den Doors. Ja, die Bombe liegt da. Das ist gut. Bleib bei der Bombe. So. Wer hat die Awe? Achso, du. Icke. Icke. Ich steh unten am Spawn. Ich steh bei B. Okay. Flash. Bei den Doors. Bei den Doors. Flo kommt zur Bombe. Ja, weil ich... Ja, Mann, Alter. Oh nein. Okay, bei den Doors. Der hat die Bombe. Nicht mehr. Noch einer. Sauber, Flo. Sauber. Sehr gut. Sehr gut. Da holen wir uns auf den Doors. Ausgleich. Alter, Flo. Du kratzt mein Käffler an. Das muss ich mir jetzt neu kaufen. Hups. Sehr gut Leute. Sehr gut. Erst in der allerletzten Runde, weißt du? In der allerletzten Runde kannst du... Grenade out. Warum wirft der da alles rein? Oder was? Okay, die haben wir gesmoked. Wir haben gesmoked. Grenade out. Schmeißen jetzt Zeug raus, aber treffen irgendwie nicht. Die sprayen raus. Pass auf, Niki. Wir sind bei euch im Tunnel. Ja. Weichstück würd ich schätzen. Ich komm zu B. Der Smoke geht weg. Die kommen unten. Die kommen unten durch. Doppel Doors. Doppel Doors. Okay. Okay, ist weg. Einer weg. Es war nur einer. Rechts um die Ecke war einer. Ich wette, die gehen A, Leute. Ja, äh... Verschieben mal Leute, die stürmen können, zu A. Was ich gesagt hab. Bombe ist gefallen. Ab beide. Ich guck Tunnel 2 dahin. Hatte einen im Tunnel. Ah, Flo. Du bist im Tunnel. Gut. Da war einer gewesen. Ich bin noch ein bisschen die Bombe. Pavilion ist das. Flo, das ist Pavilion. Sauber Flo hier. Flo räumt auf. Oh, Chris räumt auch auf. Junge. Junge. Ich bin schon die ganze Zeit dabei, Leute, ey. Junge. Ja, aber ich guck jetzt erst auf die Stats. Ja, Nikolas, das machst du aber auch noch, okay? Normalerweise schon. Der Niki kommt, ja. Ja, aber... Da war's schon. Du hast ne AUG und voll Granatenequip, also. Wer ich? Nein. Oh, Alter. Wir reden grad über Niko. Also ich hab aber auch voll AUG und volles Granatenequip, deshalb. Ne, da ist keiner. Ist da jemand, Niki? Ne, ne. Mitte, Mitte. Die kommen über Mitte. Ja. Ne, die kommen kurz, die kommen kurz. Ich brauch Verstärkung kurz. Schnell, alle zu AUG. Ey, ey, go ey. Ja, go. Ah, fuck, kackt. Ah, los, schnell, hopp, 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 hopp. Die planten, die planten. Einer hat AUG. Um die Ecke sitzt ne AUG, Niko. What the fuck. Fuck. Oben auf Spot ist noch einer. Ne AUG guckt auch noch. Ne AUG guckt auch noch da. Ah, der macht dich nicht mehr. Nein, der hat dich mit meiner AWE weggemacht. Es tut mir so leid. Ja, ich hab da irgendwie keine Chance gehabt gerade. Egal. So, jetzt brauch ich wirklich Unterstützung auf A. Okay. Soll ich mir das Skars leiten? Ich geh nochmal Richtung B und gucken. Nein, wir haben einen. Okay, Flo, wir haben jetzt zwei Skars. Flo? Du kommst mit auf A. Ne, du gehst auf B. Wer die zweite Skars? Icke. Ne, Niki und ich sind schon auf B. Ich glaub da kommt keiner. Ein guter. Flo, dann komm doch hierher. Du guckst jetzt auf A lang. Okay? Ich merke Smoke, Niki. Du guckst auf A lang. Versuch Deckung zu finden und dann guck auf A lang. Von wo aus? Ich glaub der Smoke ist gut reingeflogen. Du kannst ein Stück reingehen, wenn du willst. Wo? Wo? Lang? Lang, ja. Du bist wie ins Blickfeld, sonst hätt ich gesnipet. Oh, okay. Dann hast du mir gerade einen. Ich brauch Unterstützung. Unterstützung A, Unterstützung A. Wah, Alter. Dieser Boyka geht nur mit ner Pistol. Die planten auf A, die planten auf A. Bin ich schon bei A? Ja, drückt bei A. Ja, drückt bei A. Fuck. Alter. Ich hab nur überrascht. Das gibt's nicht. Was war das denn? Ich hab gar nichts getroffen. Scheiße. Egal, das schaffen wir. Oh man. Ja, da passt. Wir machen's nochmal genauso. Ey, wir müssen jetzt mehr über A gehen. Nein, nicht genauso. Ich hab keine Sniper. Wir müssen mehr über A. Ich komm diesmal mit, glaub ich, zu A. Ey Flo, du guckst lang, okay? Ja, du brauchst jetzt mal auf B. Da hinten sind zwei Fässer, okay? Dann gehen wir direkt zu A. Ich schieß drauf. Die zwei Fässer. Dahinter versteckst du dich. Ja, wett. Du guckst nur lang. Du guckst nur lang. Ich decke kurz. Sobald ich da Kontakt hab, sag ich dir Bescheid. Was clear? Keine Ahnung. Ich versteh mal kaum. Go, ey. Die kommen lang. Da kommt einer lang. Jo. Jo. Ruhe. Ruhe. Ah, lang. Ich bin tot. Ruhe. Geflasht. Alter. Ich hab den nicht getroffen. Wir sind wieder auf A. Die Blenden. Ja, die sind auf A. Ich kann nicht. Ja, der hat meine Awe. Alter, was war das denn? Wollt grad sagen wir, der DIN nicht gesnipet hat, oder? Ja. Aber das Stirm ist ja weg. Nice. Ich hab meine Awe wieder. Denk dran. Immer Diffuse Kit kaufen. Immer. Ja, wenn's der Preis zu den ist. Aber ja. Okay, 6-6. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, wie die Map hier nochmal als Terroristen war. Die war eigentlich ganz gut. Ähm, Flo? Hm? Bist du das bei mir? Ne, das bist du nicht. Ne, ich bin aber jetzt auch bei dir. Du gehst lang. Smoke. Achtung, Flash, Niki. Oh, von denen eine, oder was? Ne, war von meiner. Granate geworfen. Da muss auf jeden Fall einer sein. Ja. Mal lang, ist sauber. Okay, Smoke geht weg. Langsam, Flash. Geh hinten zur T-Spawn Flow. Dann kannst du dir sicher sein, dass... Bombe gesichtet wo? Smoke ist weg. Sagt bitte, wo die Bombe ist. Wenn ihr sie seht. Ah, kurz, oder was? Ne, ich hab sie nicht gesehen. Die ist Mitte. Oder vor... In der Vorhine. Vom Tunnel. Genau, Mitte vom... Vom Tunnel. Wir schießen noch. Die sind noch drinnen. Nein! Eine hab ich. Oh, Mann. Ja. Das war ne Aave. Ja, schau euch. Der guckt, der guckt. Der guckt. Der guckt. Oh, direkt weggeholt. Wenn du kannst, bis zum Ende der Runde. Bis zum Ende der Runde. Dann, äh, am Ende der Runde hol bitte die, äh, AWP. Dann kauf ich dir nächste Runde dann... Ich hab zwei gesehen da. Ne, 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 ne. A, O, G. Okay. Hm. Das ist ein hartes Duell. Wollt ich bitte, Flo? Doch. Bevor du dir ne AUG kaufst, kauf dir lieber Rüstung. So, nicht so viele Steps machen und... Unten! Der steht noch hinten. Ja, einmal getroffen. Die sind verschoben, Niki. In die Aave. Glaub ich. Pass auf, da... Stopp, links. Ja, sehr gut. Wo? Von wo? Ich dachte, ihr hättet den anderen gehabt da unten. Nicht schießen, Flo. Okay. Komm schon. One on one gewesen. One on one. Der ist links... Achso, das weiß er nicht. Na, verdammt. Nein. Schnauze. Ähm, wir müssen definitiv ein bisschen defensiver spielen. Ja, vor allem auf Zeit. Genau. Das meine ich damit auch. Alter. Mach ne... Nur mit ne Nova. Kann man mehr nicht mehr leisten. Okay, 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 okay. Let's go. Let's go. Don't rush. Flash. Flash. Flash Alang. Wir kommen Alang. Irgendwas mit Rush gesagt. Ja. Rush Alang, Rush Alang. Zwei, drei, vier... Fünf. Alle Alang. Verschiebt. Los. Direkt. Wunderbar. Boah, legt die Flash sitzen so gut von denen. Wenn jemanden seht, der um die Ecke kommt. Ich steh dort. Jetzt sneaky. Flo um die Ecke und schießen. Nicht sneaken, nicht sneaken. Nicht sneaken. Und Schuss. Und jetzt bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Oh nein. Der war nicht gut von mir. Der war nicht gut von mir. Der war nicht gut von mir. Ich dachte, die wär noch nicht so weit. Oh man. Warum? Oh, da steht die Aave. Was denn lieber kommen? So die Aave? Damit seine Aave ist dann nach am Füßen. Oh, Flo hat der Aave ordentlich an. Nicht gucken gehen, Flo. Nicht gucken gehen. Die Aave weiß jetzt, dass du da stehst. Die Auge ist schon echt schön. Flo, nicht sneaken. Oh gut, der muss die Boppe nehmen. Ja. Oh, es sind noch drei. Frei. Frei. What the fuck? Und, oh, der kommt von unten. Oh, der kann dir ins Knie fließen. Von rechts, glaub ich. Oh. Der ist zu. Oh. Er hat noch einen mitgenommen. Der Fruch. Er hat ja immer noch einen mitgenommen. Nein, nein, nein. Echo. Ich bin spät. Ich kann die Farmers nehmen. Ja, aber ich will jetzt nicht das ganze Geld raushauen. Weißt du, da kaufe ich mir lieber nächste Runde ordentlich was. Ja. Ja. Das war schon nächste Runde, wie der wechselt. This is it, my friends. Stimmt. Ja, noch nicht. Bei 15. Ah, stimmt. Oh, lol. Ja, egal. Das hier ist last round, ja. Ja, doch. Das wüsste. Von daher. Weiß einer? In der Aave? Ja. Im Tunnel in der Aave, oder was? Ja. Okay. Geh nicht da. Geh nicht. Ja, der Tunnel ist safe. Bitte ruhig sein. Der kommt langsam. Selbst. Ach du, der schießt auf dich. Auf mich? Ne. Ne, auf mich. Doch. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Hab ich. Yes. Kommt der, Nicky. Sind da mehr? Angeschossen einen. Ja, da sind zwei oder drei noch drin. Okay. Frau Verstärkung. Ah, Mist. Ich hätte gedacht, ich kriege ihn noch. Die kommen jetzt 100%. Yes. Ja, Mann. Drei Leute mit der Pistol weggeholt. So muss das. Oh, ich bin aber... Warum bin ich... Jetzt bin ich plötzlich schlechtest? Ja, du hattest halt nicht so viele MVPs und du warst einer der meisten, der gestorben ist. So, das war eine ganz gute Runde. Ich hab die Bombe. Mach mal Rush. Wir machen Rush B und jeder kauft sich Rüstung. Okay, dann hättest du früher sagen sollen. Rüstung oder CZ, ja. CZ hab ich, ja gut. Rüstung oder CZ. Okay, B. Oh, merci. Kommt halt drauf an, wie ihr mit der Glock zurechtkommt. Mag ich nicht, die Waffe. Ich mag die. Okay, ich rush vor, Flo. Du hast die Bombe, du bleibst ein bisschen eben dran. Oh, ich muss dich zurückziehen. Nicht blocken. Bin tot. Ich hab die Bombe. Einer tot. Oh, da ist noch einer. Ähm, geh nicht da lang. Geh nicht da lang. Geh nicht da lang. Der sitzt hinter den Kisten. Ja, ich probier von unten rumzukommen. Hinten nicht. Hinten nicht. Hinten nicht. Hinten nicht. Von unten kommt einer. Direkt hinter mir. Die Treppen hoch. Zwei Stück. Die Treppen hoch. Nein. Noooo. Lol, in einem Treffer genau 100 Schaden. Er kommt los. Ja, aber weißt du, in ein, in einem Treffer genau 100. Wie selten das... Noch eine. Ja, noch eine. Ja, ich... habe mir aber eine andere Waffe gekauft. P250. Ich hab mir Rüstung und Pistol geholt. Ja, jetzt kannst du in der nächsten Runde aber nichts kaufen. ja klar nochmal weg doch wenn ich gut abräume schon ja dann schon werde ich auch ganz bestimmt jeder einer anseln pot flash richtig hart geht unten durch mitte ja ich mache terror ich bin direkt hinter dir ich habe einen helder ausgeteilt ganz wieder rechts wir haben uns gegenseitig gefloppt hast du den? ja ich habe keine munnen mehr durch die double doors und von oben zwei stück in alle mitte jetzt gerade ich habe gerade die waffe aufgehoben links der wird jetzt gleich von hinten weggemacht ey man sag sowas doch nicht 9 7 von unten ich äußere mich dazu nicht ich mache eine echo ihr müsst nicht auf mich hören aber du hast jetzt eine galil floh hast du rüstung? nö also warum? muss ich das? ja! ein headshot mit ner pistol und du bist tot headshot bist du immer tot? nein kevlar mit also kommt auf eine gleiche pistol ja mit ner diegel bist du immer ne ich gebe dir mit ner glocken headshot auf flash äh nein die gesmoked lass weitergehen lass weitergehen lass weitergehen ich mache ein bisschen terror na die wollen was guck rechts na guck ich links mal ein bisschen rum hinten ja ich habe zwei hitpoints ist der tot? ist der tot? jetzt geht der tot ooooh links 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 ich bin tot doppeldoze ooooh fuck fuck ich wundere ich sterbe immer als Versuchskanisi links irgendwas? rechts oben im loch ja wir planten bei A ja warte der kommt links rum ja schön nein na egal lol der hat 97 schaden er fang zu A zu kommen wenn die nämlich diffusen das ende die sind die sind auf kurz die sind auf kurz teilweise heiss wie? nicht schlecht nicht schlecht nee 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 so jetzt kann ich kaufen ich habe die SG5 irgendwas ich musste eine gute Runde machen ich muss mir hier mal was kaufen ey und keine Rüstung yeah ich habe die Bombe dort wieder keine Rüstung ich hatte auch eben keine Rüstung mit der Galil ja ich habe Rüstung ich habe Kevlar Helm wir machen wir splitten A lang und A kurz 2 A kurz 3 A lang wir gehen gerade B scheiße einer geht A lang ne ich drehe wieder um los A kurz schnell A kurz schnell geh du mit der Bombe vor obwohl das jetzt doof war Achtung oh ich habe geschluckt warte ich habe eine Firenade ich habe eine Firenade ich habe ganz viele Flash die Flash kam nicht zu spät Alter wie schlecht ist der denn Flash Smoke Achtung von hinten von hinten ich habe euch gegenseitig angenachladet okay Flo one on two das machst du ich hoffe dass die von hinter dir kommen wollen aber hör nicht auf mich hör nicht auf mich wo liegt denn die Bombe überhaupt über dir die sind da ich höre sie doch schon ja die sind schießen ja ich sag gar nichts ich habe sie schon gesehen was bringt es denn die Schieße wenn sie um die Ecke gehen ja genau hat den nicht gekriegt der ist raus der hat dich vielleicht gesehen Flo Einzelschuss Einzelschuss oh nein nein wie viel Schaden hast du dem gemacht ähm ein vier Treffer 99 Schaden nein nein ach schade egal Galil mit Rüstung oder Flo was hast du dir gekauft wieder keine Rüstung du hast eine Rüstung sauber die richtige oder nee ich habe nur die halbe B B B alter das war aber doch guck mal die Stadt nebeneinander warum habe ich nicht beide Leute jetzt müssen wir mal reinhauen nicht mit der Bombe vorrennen nicht mit der Bombe vorrennen Achtung Granate Null ja da sitzt einer getarnt hinter den Kisten vergiss es ja nee andersrum unterrum Boika verstehts hoffentlich und macht jetzt Terror ne er verstehts natürlich nicht er rennt durch rechts rechts bei denen hab ich dich geblockt ja wo denn ich mach ne Ekko auf jeden Fall Mitte ich geh über Mitte ich würd sagen jetzt macht einfach jeder das was er will nein wir müssen jetzt geplant sein er ist recht jetzt müssen wir geplant sein alle A so that we may be freed ja all B alle A alle rennen in jede Richtung ok vergiss B vier durch geht durch nach B wo meinte der Rush there are four main zombie wo ok also A lang geht nicht da guckt schon jemand durch ich hab mich zu glück nicht getroffen und wo guckt der denn wo sitzt der ne der guckt auf A lang ja ja den kann man ja von hier wegnehmen ähm da 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 zwischen Kisten ne den meinte ich nicht na scheiße Flo der guckt der sitzt auf A lang du musst sagen wo der ist ok weiß ich doch nicht na er ist jetzt hinten bei der Kiste ja da musst du sagen du weißt nicht wo er ist wir haben gedacht du weißt wo er ist ich hab ihn nur gesehen aber ich weiß nicht wo das war er ist auf A lang sehr gut ne Waffe grad eben frag ich noch so wie soll ich dir einen Crashkurs geben auf den weg nein aber ich weiß nicht wie einer ja dafür gibt es ja dafür gibt es ja gewisse gewisse ähm dingstens ich bin nur in die Doppeldorf's rein dann hat der an der Ecke irgendwo gesneakt und durchgeschossen oder sowas ja da gibt es da gibt es gewisse Punkte die man nennt sehr gut Nicky und dann sagt man na bei dem wenn der mittendrin steht sagt man na bei dem na bei dem was ich hab's ja nicht gesehen ich hab ne Schüsse auf mich fliegen gesehen also bin ich wieder zurückgegangen achso ich hab ne Rüstung hab ne Rüstung und die SG35 so Achtung jetzt kommt's tausch mal Nico nimm mal meine P90 und gib sie mir dann nochmal aber lest wie sie heißt beeilt euch doch lieber das ist Manfred der MP ich hab ein Name Tag gekauft ja ich weiß aber trotzdem ich hab ein Name Tag gekauft und hab die Manfred der MP genannt hab nönt nönt hier über A kurz wow guck Mitte bei A kurz stand jemand ja deck du hinten ich geh vor bin mit Bombe noch bei B oh fuck voll Flash Pass auf da könnte direkt eine so Manfred der MP reist da sitzt jemand ist da jemand ja ja hab ihn sehr gut kommt zu B ja ich bin auch unterwegs ich hab mich grad umgedreht um zu gucken ja ich hab's gesehen und ich konnte aber nicht ja klar das war zu schnell jetzt müsst ihr's reißen komm holt uns das 10-12 ey das ist echt ein harter Kampf gerade ja man recht ausgewogen aber das find ich sehr gut also so knapp hatte ich's jetzt noch nicht ich hab's schon mal 15 zu 15 unentschieden oh bitte jetzt hab ich irgendwas gehört ich muss grad Steps hören links auch verpisst euch die geht hoch oder? nein 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 noch nicht rechts 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 was soll ich nicht gehen Leute? äh jo ja die führst da jetzt eh nicht mehr jetzt ist zu spät nein stark sonst schüssen nicht zu wenig bumm ja er ist noch down sauber gut 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 Geld hab ich genug doch doch ja jetzt sollen wir den holen ähm niki ich bin hinter dir ich hab Flash und alles ich hab auf A Langen mal ne Siegfall gelegt ähm die Bombe warte ich schmeißen Flash rein niki nur noch 10 Leben ich geh jemand anderes vor am besten ich geh vor da wo sitzt der geh doch drauf genau ja ohne Spass der hat geschluckt maaa da ist war da noch einer ja da ist noch einer rechts unten war der irgendwo ich glaub der letzte ist bei B ich weiß es aber nicht da ist noch einer rechts unten war der irgendwo ne ich lernte wenns geht ach ja die Bombe nicht die ist auf B ja oh Gott leck mir am Arsch so ein Hänger der Typ ohne Witz ok aber nicht die AK ist aber besser die macht mehr shaben die ESG meinste die ESG ist aber mehr auf Reichweiter ich liebe die das ist aber meine die ESS ist meiner was du letztens sagt dann noch zu mir als wir so ein bisschen privat zocken ja mit der AK kann man saugutzneipen äh was machen wir ja kann man schon aber ich mag die nicht damit umzugehen ich find die irgendwie doof Du kannst nicht so gut sprayen mit der. Ich mag die nicht. Hier sieht ganz gut aus. Achtung. Okay eins. Ich hör Steps. Loch ist frei noch. Wer hat der planted. Ich hab. Ich geh planten. Okay planted hier wo ich stehe. Hier wo ich stehe. Hier wo ich stehe. Hier wo jemand die Tür ich hol den Tunnel. Aus Tür. Aus Tür. Unten nicht gucken nicht gucken. Ja ne ich will nur rüber gehen. Deswegen. Der muss kommen jetzt. Nicht alle beim Auto. Smoke bei Tür. Flashform Tunnel. Flashform Tunnel. Flashform Tunnel. Nicht in den Tunnel reingucken. Ja doch. Hab ich angeschossen. Ja aber. Hinten in den. Und vorne war einer. Ja. Da. Ich bin tot oben. Lücke. 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 Fliehen. Fliehen. Wir haben nichts. Die geht nicht mehr auf. So Bombe. Jawoll. Ganz knapp nicht mehr. Zwölf zwölf Leute. Sehr gut. Mit die Viren. Komm. Ähm. Dasselbe nochmal. Okay. Ich denk das mal an das dann. Ich werf ne Köder nach Mitte. Okay. Doch nicht. Ich wurde weg geschoben. Ich hab Bombe. Die Köder liegt jetzt bei uns am Spawnen. Egal. Man hört sie aber. Ja. Aber trotzdem. Da fallen die nicht drauf rein. Position made. Ja. Die uns. Mehr oder weniger. Ich geh über Mitte. Achtung. Nicht schießen. Nicht schießen. Smoke. Nice. Nicky ich bin hinter dir ne. Smoke. Aha. Smoke irgendwo. Keine Steps machen bitte. Links ist irgendwer. Hab ich auch gedacht. Da ist auch einer hinter den Double Toast. Direkt oder? Ne ne. Hinter uns. Hinter uns. Ist da noch jemand. Links kommt einer. Rechts. Wie heißt der? Den hier im Spawn. Ja den hier im Spawn. CT Spawn. Hockt einer. Das ist der letzte. Der oben ist oben. Alter wie konntest du den nicht sehen? Ah direkt links jetzt. Ja nice. Alter ich dachte gerade wieder den jetzt nicht kriegs. Boah nein. Alter ich bin zugefüß. Wir dürfen den kein Kill mehr gönnen. Alles klar? Ich bin grad fertig ey. Ich gönne den nie einen. 15 Sekunden. Ich bin so schlecht. Same again. Also never touch a running system. Was? Never touch a running system. Never touch a running system. Einfach B und dann rüber zu A. B über. Aber die Mitte ist immer noch ganz gut. Ja aber wir gehen nicht direkt. Also erst B und dann Mitte. Wenn B geht. Ja ja ich mein B und dann Mitte. Ich mach ne Flash. Ja Flash. Ist clean glaube ich. Nein nicht nicht nicht. Rechts gucken und so. Äh Loch ist frei. Wie aus? Wer hat Bombe? Ich hab Bombe. Ich schütze mich. Guck einer noch. Ich guck hier. Jemand da hinten am besten noch hin. Ja genau. Wo der gelbe Karton war. Ja. Von hinten im Tunnel einer. Tunnel okay. In zwei Stück. Ich hab Loch oben. Shit wo ich da weggenommen bin. Alles klar. Ich hab zwei Stück weg oben. Hab einen. In den ihrem Spawnack. Ja. Guck du weiter Loch. Selbst im Tunnel. Oh und. Ich bin tot. Der stand rechts. Vor ihrem Spawn rechts rüber. Kommt wahrscheinlich jetzt Loch oder Doppeldorf. Ja ich guck beides. Loch. Ja. Sehr gut. Ja ich konnte mich nicht treffen. Ich hab so oft geschossen aber. Naja. Der neue Skin für meine AK macht. Das könnte was werden. Blaues Laminat. Das haben wir diesmal auch richtig verdient Leute. Was? Was machen wir nochmal selber? Ja. Ja. Wer hat die Bombe? Icke. Okay. Ich geb sie Flo. Nee. Okay dann nehm ich sie. Ich stepp ihn als erster. Also ich mach drei. Gerade hast du die Bombe sogar geplant? Ja ich hab auch eine. Ich schmeiß Flash rein. Flashback. So trotzdem ist er gestorben. Doppelflash. Ah ich werd geblockt. Ah oh. Flash ich musste hinter. Flash. Flash. Ich geh wieder über Mitte. Letztes Mal. Ja. Ja ich komm mit. Dann müssen sie aber frei. Okay. Vorne unten lag einer. Der ist aber tot. Ich brauche Hilfe. Doppeldoze. Okay. Okay. Links kommt einer. Rechts kommt einer auch. Ab ihn. Nice. Rechts sehe ich keinen. Links auch nicht. Der kam durch oben. Sehr gut. Ja. 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 So jetzt kauft er euch. Jetzt holen wir uns. Alles. Ja. Brauch jemand eine Waffe. Ich kann jemanden. Wanns nochmal genauso? Irgendwas kaufen. Ja. Molotow Cocktail. Aber jetzt nicht jeder eine Autosniper und sowas. Sondern. Und bei den Waffen bleiben mit denen wir es grad die ganze Zeit gerissen haben. Hm. Ich nehm immer die SG 55. Ich flashe. Du hast ne normale Granate noch. Die Ecke so ein bisschen. Okay. Ich hab noch eine. Warte ich hab noch eine. Ja. Das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Aber egal. Achtung von hinten Leute. Hinten hinten. Mann. Da muss doch jemand aufpassen mal. Fuck it. Tunnel ja. Von hinten. Joll. Okay. Der letzte kommt glaub ich auch von dort. Der letzte kommt auch von dort. Mariii. Ja maaaann. Oh mein. Bester Mann. Hammer. Oh man. Ich wurde nicht aufgereiht. Hammer Teil. Und ich hab verdient was gewonnen. Boah meine Fresse. Nein kein Rückspiel. Alter Schwede. Ja. Ja.